Suizid, auch Selbsttötung, umgangssprachlich Selbstmord oder verhöhend Freitod, ist die vorsätzliche Beendigung des eigenen Lebens. Ein Suizid kann entweder aktiv geschehen, indem man sich Schaden zufügt, oder aber passiv, indem man nicht mehr für sich sorgt und beispielsweise lebensnotwendige Medikamente, Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten nicht zu sich nimmt. Eine Suizidhandlung, die nicht direkt zum Tod führt, wird in der Fachsprache Suizidversuch allgemeinsprachlich Selbstmordversuch genannt. Suizidversuche sind sehr viel häufiger als vollendete Suizide. Der psychische Zustand eines suizidgefährdeten Menschen wird als Suizidalität bezeichnet. Überlebende benötigen oft Intensivmedizin oder tragen bleibende Behinderungen wie etwa Hirnschäden davon. Aus Sicht der Medizin sind Suizide und Suizidversuche in vielen Fällen das Symptom einer behandlungsdürftigen psychischen Störung wie einer Depression, bipolaren Störung, Schizophrenie, starker seelischer oder körperlicher Schmerzen oder anderer schwerer Krankheiten oder Behinderungen, die der betroffene Mensch nicht mehr länger ertragen kann. Einigkeit besteht in der Suizidforschung, dass durch frühzeitige medikamentöse Behandlung und professionelle therapeutische Hilfe einem Menschen zwar geholfen, er aber letztendlich nicht mit Sicherheit von einer Selbsttötung abgehalten werden kann. Mit dem Suizid befassen sich Wissenschaften wie die Psychiatrie, Psychologie, Soziologie, Philosophie, Theologie und die Rechtswissenschaft. Als eigenständige Wissenschaft, die sich mit dem Suizid besonders aus psychiatrisch-medizinischer Sicht beschäftigt, hat sich im 20. Jahrhundert die Suizidologie herausgebildet. Daneben gibt es praktische Ansätze zur Suizidverhütung und zur Betreuung derjenigen, die einen Suizidversuch unternommen haben, sowie der Angehörigen von Suizidenden. Benennung Suizid wurde in Gesellschaften und Epochen sehr unterschiedlich bewertet, was sich auch in der Sprache niederschlug. Im Alltag wird meist der Begriff Selbstmord verwendet. Das Wort Suizid wird vor allem in der wissenschaftlichen und der medizinischen Sprache verwendet. Es gilt als sprachlich neutral, ebenso der Begriff Selbsttötung. Dagegen kann Selbstmord unter Umständen als tabuisierend, stigmatisierend und oder kriminalisierend aufgefasst werden, Freitod als heroisierend. Die Bezeichnung Selbsttötung wird meist juristisch oder amtssprachlich verwendet und lässt den Unterschied zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit offen. Die Bezeichnung Selbstmord ist demgegenüber konkreter und klarer, weil Mord immer das Vorsätzliche, keinesfalls ein fahrlässiges Töten eines Menschen bezeichnet. Andererseits ist die Bezeichnung Selbstmord unpassend, weil Mord sich auf die Tötung eines anderen Menschen bezieht. Selbstmord Selbstmord ist die historisch älteste deutschsprachige Bezeichnung für einen Suizid. Das Wort ist keine eigentliche deutsche Wortschöpfung, sondern entstand als Lehnübersetzung des neulateinischen Suizidium im 17. Jahrhundert. Das Wort Selbstmörder erschien bereits im 16. Jahrhundert erstmals bei Martin Luther als sein Selbstmörder. Die indogermanische Wurzel des Wortes Mord bedeutet aufgerieben werden, zerreiben. Das Wort bedeutete ursprünglich Tod, doch schon in altgermanischer Zeit hatte sich die Wortbedeutung bei vielen Stämmen verschoben und stand für absichtliche, heimliche Tötung. 1652 wurden durch John Donne die Begriffe Selfmörder für den verwerflichen Selbstmord und Selfumigi der für den nicht von vornherein verwerflichen Suizid in der englischen Sprache etabliert. Fritz Mautner plädierte in seinem Wörterbuch der Philosophie dafür, Selbstmord durch Freitod zu ersetzen, geneigt den neuen, nicht ganz einwandfrei gebildeten Ausdruck Freitod im DW, noch nicht gebucht, dem alten und an die Sprache der strafrechtserinnernden Worte Selbstmord vorzuziehen. Jean-Paul konnte die Umformung selber Mord wagen, immer knüpft die Vorstellung an die des Verbrechens an. Wie es denn im Französischen bis nach der Mitte des 18. Jahrhunderts Homizide so ihm hieß. Freitod erinnert mich, wie Freitreppe, Freistadt an etwas, das ins Freie führt, das Freiheit gewährt. In den mit der Erscheinung befassten Wissenschaften wird der Begriff Selbstmord heute meist abgelehnt, da in ihm eine Beurteilung der Tat gesehen wird, die nach allgemeiner Ansicht vermieden werden soll. Fred Dubitscher sagte, Selbstmord sei kein Mord im eigentlichen Sinn und kein Verbrechen. Adrian Holder-Egger formulierte, dieses Residuum eines religiösen Vorurteils und einer veralteten Rechtsauffassung hat in einem modernen Beurteilungsschema keinen Platz mehr. Freitod, die Bezeichnung Freitod geht davon aus, dass sich ein Mensch im Vollbewusstsein seines Geistes und selbstbestimmt tötet. Der Begriff wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aus Friedrich Nietzsches vom Freien Tode gebildet. Einem Kapitel in seinem Werk also sprach Zarathustra, wer einen Freien Tod vorhat, soll nach Nietzsche, zur rechten Zeit, ein edles Sterben wählen. In eurem Sterben soll noch euer Geist und eure Tugend glühen, gleich einem Abendrott um die Erde oder aber das Sterben ist euch schlecht geraden. Ein Beispiel für einen Freitod aufgrund philosophischer Erwägungen kann im Tod des Sokrates gesehen werden, der auf eine Flucht verzichtete. Das richterliche Urteil mit Respekt vor den Gesetzen annahm und bis zuletzt mit seinen Freunden philosophisch diskutierte. Auch Seneca, der bereits schwer krank gewesen ist, hat nach dem missglückten Anschlag auf Kaiser Nero sein Todesurteil im Geiste der Stoa als sittlich gleichgültiges Ding angenommen und sich mit seinen Freunden mündlich und schriftlich ausführlich mit Sterben und Selbsttötung auseinandergesetzt. Dabei kritisierte er jene Philosophen, die Suizid zur Sünde erklärten. Der Philosoph Wilhelm Kamler sprach von einem Entschluss zur Selbsttötung nach reiflicher Überlegung und aus innerer Ruhe und Freiheit heraus und bezeichnete es als ein Grundrecht. Der Philosoph Lutger Lütkehaus plädiert ebenfalls dafür, die Freiheit zum Tode zu respektieren. Aus psychiatrischer Sicht handelt es sich um eine Form der rationalen Bewältigung suizidaler Tendenzen, wie sie etwa der schwer traumatisierte Schriftsteller Jean Amery vorgenommen hatte. In der Schweiz wird der Begriff Freitod an enge Bedingungen gebunden, die auch als Abgrenzung von einem allgemeinen Suizid verstanden werden bzw. bei nicht allen Suiziden erfüllt sind. Die sterbewillige Person versteht, was sie tut, handelt nicht aus dem Affekt, hegt einen dauerhaften Sterbewunsch, wird von Dritten nicht beeinflusst und führt den Suizid eigenhändig aus. Punkt. Schweizer Organisationen knüpfen an die Freitodbegleitung zusätzlich folgende Bedingungen, hoffnungslose Prognose oder unerträgliche Beschwerden oder unzumutbare Behinderung. Punkt. Assistierter Suizid und Tötung auf Verlangen, wenn der Suizid mit Unterstützung durch eine andere Person verübt wird, spricht man je nach Tatherrschaft entweder vom assistierten Suizid oder von Tötung auf Verlangen. Die Sterbehilfe wird international kontrovers diskutiert und juristisch geregelt. In der Geriatrie und Altenpflege wird sie im Zusammenhang mit den Begriffen künstliche Ernährung bzw. Nahrungsverweigerung immer wieder thematisiert. Ursachen heutiger Erkenntnisse Die relativ häufigste Ursache für einen Suizid bzw. Suizidversuch wird heute in diagnostizierbaren psychischen Erkrankungen gesehen. Je nach Schätzung werden 90% aller Suizide in westlichen Gesellschaften hierauf zurückgeführt. Da die Diagnose häufig erst nach einem erfolgreichen Suizid als Verdachtsdiagnose gestellt wird, ist diese Einteilung zumindest fragwürdig, da zur Diagnose nur die Suizidhandlung an sich und die Beschreibungen von Angehörigen herangezogen werden können. Letztere sind unter Umständen unvollständig oder fehlerhaft, oder es wird einzelnen Begebenheiten im Nachhinein eine unangemessene Bedeutung beigemessen. Andere Studien betrachten nur Patienten mit bereits bekannter psychiatrischer Krankheit und zeigen ebenfalls einen hohen Anteil von psychisch Kranken an den Suiziden. Tendenziell wird dieser hier sogar unterschätzt, weil viele psychiatrische Erkrankungen nicht diagnostiziert werden. Suizid kommt demnach vor allem bei Depressionen und manisch-depressiven Erkrankungen gehäuft vor. Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und chronische Schmerzen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, haben aber auch fließende Übergänge zur Depression. Den Suizid auslösende Faktoren können dann zwar Lebenskrisen wie die Trennung vom Partner, Versagensängste oder der wirtschaftliche Ruin sein, als alleiniger Hintergrund eines Suizids kommt dies aber nur in ca. 5-10% der Fälle vor. Trotzdem ist davon auszugehen, dass sowohl eine innere wie eine äußere Ursache für eine Depression besteht. Das heißt ein für Depressionen anfälliger Patient wird durch seine Lebensumstände depressiv. Studien der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich zeigen, dass tatsächlicher wie auch drohender Verlust des Arbeitsplatzes der Auslöser bei rund 20% aller Selbsttötungen ist. Dabei wurden für die Jahre 2000 bis 2011 aufgrund von HUDaten 233.000 Suizide in 63 Ländern untersucht. 45.000 von ihnen standen in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit einem Verlust des Arbeitsplatzes. Zudem geht generell der Anstieg der Suizidrate einer höheren Arbeitslosigkeitsquote um etwa ein halbes Jahr voraus. Teilweise wird der Suizid als ein letzter Ausweg eines Menschen aus einem Leben angesehen, das von körperlichem Schmerz und Leiden bestimmt ist, welche sich mit den Mitteln der Medizin nicht lindern lassen. Auslösende Faktoren sind auch vom Kulturkreis abhängig. Beispielsweise ist der sogenannte Gesichtsverlust in Asien als Motiv für Suizide bekannt. Historische Deutungen Der Soziologe Emil Durkheim hat 1897 mit seinem Werk über den Suizid die sozialen Zusammenhänge der Selbsttötung auf empirischer Grundlage analysiert. Er unterscheidet zwischen dem egoistischen, dem altruistischen, dem anomischen und dem fatalistischen Suizid. Sigmund Freuds Postulat eines Todestriebs in seiner Schrift jenseits des Lustprinzips hat mit dem Suizid allenfalls am Rande etwas zu tun. Vielmehr begreift Freud den Todestrieb ganz allgemein als zerstörerischen Aspekt des Lebens, der auch schon bei Einzellern und Tieren vorzufinden sei. Das Konzept des Todestriebs, das Freud selbst als Spekulation bezeichnete, war auch unter den Anhängern der Psychoanalyse von Anfang an umstritten. Fritz Mautner verglich in seinem Wörterbuch der Philosophie den Suizidenden mit einer an der Ufermauer stehenden Katze, die, weil sie von heißen Eisenstangen umzingelt ist, ins für sie tödliche Wasser springt. Wie die Katze, die sonst schwere Verbrennungen erlitten hätte, töten wir uns selbst also nur dann, wenn wir das Weiterleben als Unerwünschter einschätzen als den Tod. Dann erst entstehe die Möglichkeit, dass bewusste Motive stärker als der Instinkt zur Selbsterhaltung werden. Tausende von Texten aller Art über verschiedenste Aspekte des Suizids hat 1927 Hans Rost in einer Bibliografie zusammengestellt. Die Suizidbibliothek aus Rosts nach Lange steht heute in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Weite Teile davon sind auch auf Mikroform verfügbar. Alfred Hosche prägte den Begriff Bilanzsuizid für eine Selbsttötung nach rationaler Abwägung der Lebensumstände. Bilanzsuizide im Sinne einer rational kalkulierten Entscheidung entsprechen einem subjektiven Empfinden. Viktor Frankl sprach sich daher dafür aus die Bezeichnung Bilanzsuizid ausschließlich für die Sicht des Betroffenen zu verwenden. Statistik weltweit Nach dem Weltsuizid-Report der Weltgesundheitsorganisation nahmen sich 2012 etwa 804.000 Menschen weltweit das Leben. Dies entspricht 11,4 pro 100.000 Menschen. Im Jahr 2012 war Suizid nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache für 15 bis 29-Jährige. Eine Übersicht über die Suizidraten weltweit im Vergleich findet sich in der Liste der Suizidraten nach Ländern. Ein weltweiter Durchschnittswert ist aufgrund mangelhafter Datenlage nicht zu bestimmen. Innerhalb der OECD schwankte die Suizidrate in den Jahren 1960 bis 2005 zwischen 11 und 16. Seit einem Spitzenwert von 16.0 im Jahr 1984 nahm die Suizidrate stetig ab und stand 2005 bei 11.4. In der Europäischen Union begingen nach einer Meldung der EU-Kommission aus dem Jahr 2005 jährlich 58.000 Menschen Suizid, wobei die meisten dieser Fälle von Personen begangen wurden, die an Depressionen litten. An anderen Todesursachen führt dieselbe Meldung jährlich 50.700 Verkehrstote und 5.350 Opfer von Gewaltverbrechen an. Die Suizidrate ist stark geschlechtsabhängig. Die Rate ist bei Männern konsistent höher als bei Frauen. In wohlhabenden Ländern begehen etwa dreimal mehr Männer als Frauen Suizid, in ärmeren nur etwa 1,5 mal so viele. Die höchste Suizidrate weltweit wird aus Weißrussland gemeldet mit 35,1 im Jahr 2003, die höchste Suizidrate unter Frauen aus Japan mit 13,7 im Jahr 2007. Die niedrigste Suizidrate in Europa wurde in Griechenland gemessen, mit 2,8 im Jahr 2008 und 3,8 im Jahr 2012. Die Suizidrate ist auch altersabhängig, allerdings variiert diese Abhängigkeit kulturell stark. Weltweit liegt sie bei Personen ab 70 Jahren am höchsten. In Südkorea steigt die Suizidrate mit zunehmendem Alter stetig an, nimmt dagegen in Norwegen und Neuseeland ab. Während sie in Ländern mit niedriger Suizidrate wie Portugal, Griechenland oder Italien kaum eine Altersabhängigkeit aufweist. Deutschland Häufigkeit Insgesamt die Zahl der Suizide in Deutschland folgte von etwa 1980 bis 2007 einem fallenden Trend und steigt seither wieder an. Bei Suiziden ist im Allgemeinen eine hohe Dunkelziffer anzunehmen. Im Jahr 2011 starben in Deutschland 10.144 Menschen durch Suizid. Auf dem Tiefststand 2007 waren es 9.402 Personen. Während 1980 noch 18.451 Menschen durch Suizid verstarben. In Westdeutschland gab es 1980 insgesamt 12.868 Suizide bei 61,66 Millionen Einwohner sind das 20,87 je 100.000 Einwohner. Für die DDR ergeben sich für das Jahr 1980 aus den obigen Zahlen 5.583 Suizide. Bei 16,74 Millionen Einwohnern sind das 33,35 je 100.000 Einwohner. Als Gründe für den zwischenzeitlich starken Rückgang werden eine verbesserte fachärztliche Versorgung, die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen und Probleme der methodischen Erfassung angesehen. So wurde in der Zwischenzeit die Kategorie der unklaren Todesursache eingeführt. Und unter den vermeintlichen Drogentoten dürfte es ebenfalls eine hohe Anzahl von Suizidenden geben. Es wird daher vermutet, dass eine realistische Schätzung der tatsächlichen Suizidzahlen bei 25% über der statistisch erfassten Anzahl anzusiedeln ist. Suizide entsprachen 2007 1,1% aller Todesfälle und 30,7% der Todesfälle mit äußerer Ursache. Der Anstieg der Suizidrate seit 2007 um knapp 9% korrespondiert mit der zuletzt stark angestiegenen Krankheitslast durch psychische Störungen, speziell Depressionen und betrifft Männer stärker als Frauen. Experten vermuteten, dass die plötzliche deutliche Erhöhung der Anzahl an Suiziden im Jahr 2009 auf einen Zusammenhang zwischen medialer Berichterstattung über den Suizid des Fußballtorhüters Robert Enke und der Zahl der Nachahmer zurückzuführen war. So sind 2000 99571 Suizide vollendet worden. Bereits bei der Veröffentlichung von Goethes Roman Die Leiden des jungen Wertherrs war 1774 zu einer Suizidwelle gekommen, wobei zahlreiche Tode deutlich als Nachahmung der Romanvorlage erkennbar waren. In der wissenschaftlichen Literatur werden die Nachahmer Suizide deswegen als Werter-Effekt bezeichnet. Inzwischen haben zahlreiche Studien einen Zusammenhang zwischen der Medienberichterstattung über Suizide und einem Anstieg der Taten bestätigt. Deswegen mahnt der deutsche Presserat die Medien in seinem Kodex bei der Berichterstattung über Suizide zur Zurückhaltung. Die Deutung des plötzlichen Anstiegs der Suizidzahlen 2009 als Ausreißer wird aus heutiger Sicht jedoch durch den ebenso starken Anstieg 2010 und den weiteren Anstieg aus 2011 relativiert. Häufigkeit nach Alter, Geschlecht und anderen Faktoren Die Sterblichkeit durch Suizid ist sehr stark abhängig von Alter und Geschlecht. So waren Kinder im Jahr 2007 mit einer Sterblichkeit von weniger als 0,3 je 100.000 Einwohner praktisch nicht betroffen. In der Gruppe der 15 bis 19 Jährigen betrug die Sterblichkeit 2,1 bzw. 6,2 je 100.000 Einwohner und stieg bei den 8 5 Jährigen und Älteren auf 17,9 bzw. 68,7 je 100.000 Einwohner. Der Anteil von Selbsttötungen an den Todesursachen erreicht dennoch bei jungen Erwachsenen sein Maximum, da deren Sterblichkeit durch Krankheit sehr niedrig ist. In der Altersgruppe der 15 bis 35 Jährigen war Suizidursache in einem von 6 Todesfällen. Insgesamt betrug die Suizidsterblichkeit von weiblichen Personen 5,7 von männlichen 17,4 je 100.000 Einwohner. Von den 9.402 Suiziden wurden 7.009 von Männern ausgeführt. Wegen der bei Frauen schneller abnehmenden Suizidzahlen hat dieser Anteil steigende Tendenz. Innerhalb Deutschlands bestehen signifikante regionale Unterschiede. Die meisten Suizidfälle gab es 2006 in Bayern, die wenigsten in Sachsen-Anhalt. 1990 wurden in Sachsen noch die meisten Fälle und in Nordrhein-Westfalen die wenigsten gezählt. Im Jahr 1982 lag die Suizidhäufigkeit in der damaligen Bundesrepublik Deutschland bei 24,7 je 100.000 Einwohner. In der DDR bei 35. Forscher führen dies jedoch weniger auf die Gesellschaftsordnung, sondern eher darauf zurück, dass das Territorium der DDR hauptsächlich Gebiete wie Sachsen und Thüringen umfasste, die schon im Deutschen Reich erhöhte Suizidraten aufwiesen. In der Folgezeit ging diese Häufigkeit jedoch zurück und liegt heute für Männer bei 20 und für Frauen bei 7. Die Zahl der Suizide ist einer jahreszeitlichen Schwankung unterworfen. 2006 nahmen sich während der Frühlings- und Sommermonate mehr Menschen das Leben als während der Herbst- und Wintermonat. Von März bis Juli lag der Anteil an den Suiziden des Jahres über dem Anteil des Monats am Jahr besonders deutlich im Mai und Juli. Von August bis Februar lag der Suizidanteil dagegen gleichmäßig unter den Jahresanteilen. Die Suizidrate von Ärzten ist bis zu 3,4 Mal höher als die anderer Bürger, bei Ärztinnen ist die Rate sogar bis zu 5,7 Mal erhöht. Neben der berufsbedingten dauerhaften Beschäftigung mit Bela ständen Themen wie Krankheit und Tod ist eine mögliche Erklärung für diese hohe Rate, dass Ärzte sowohl die Expertise als auch Zugang zu Mitteln zur Ausführung eines Suizids besitzen, über die andere Bevölkerungsgruppen seltener verfügen. In Strafvollzugsanstalten ist der Suizid die häufigste Todesursache. Auch der prozentuale Anteil an der sozialen Gruppe übersteigt den anderer Gruppen deutlich. Es gab 1987 Angaben von einer zehnmal höheren Rate. Im selben Jahr nahm der Bundesgerichtshof die Verfassungsbeschwerde eines Gefangenen nicht an, der aufgrund der selbst angenommenen Aussichtslosigkeit seines Lebens vom Staat Hilfe zur Selbsttötung einklagen wollte. Suizidversuche Die Zahl der Suizidversuche liegt gegenüber den vollendeten Suiziden im Mittel um einen Faktor 10 bis 15 höher, also bei etwa 100.000 bis 150.000. Auch hier ist mit hohen Dunkelziffern zu rechnen. Der Einfluss von Alter und Geschlecht ist gegenüber den vollendeten Suiziden genau umgekehrt. Bei Jungfrauen ist die Häufigkeit von Suizidversuchen am größten, bei älteren Männern am niedrigsten. Stichproben-Schätzungen für Deutschland ermittelten für 2001 für Frauen 131 und für Männer 108 Versuche je 100.000 Einwohner. Für 15- bis 24-jährige Frauen werden bis zu 300 Versuche je 100.000 Einwohner geschätzt. Insgesamt dominieren bei den Suizidversuchen weiche Methoden der Vergiftung gefolgt von der Verwendung schneidender oder stechender Gegenstände. Die Intention der Suizidversuche korreliert signifikant mit dem Alter. Bei Jüngeren dominieren parasuizidale Gästen und Pausen, bei Älteren liegen eher Suizidversuche im engeren Sinn, das heißt mit Selbsttötungsabsicht. Vor Methoden von 11.150 erfassten Suiziden in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2004 wurden folgende Todesursachen erfasst. Erhängen, Ersticken 5538, Sturz in die Tiefe 1100, Vergiftung durch Medikamente 940, Erschießen 572, sich vor den Zug oder vor Autos werfen 556, Abgase ins Auto leiten 216, Männer griffen 2006 in 52,6% der Fälle zu den sogenannten harten Suizidmethoden des Erhängens. Erdrosseln oder Erstickens und damit häufiger als Frauen, die wiederum häufiger weiche Methoden wie eine Vergiftung mit einer Überdosierung von Medikamenten etc. anwendeten. Im Jahr 2008 nahmen sich auf deutschen Bahnstrecken 714 Menschen das Leben, im Jahr 2009 waren es laut Bericht des Eisenbahnbundesamtes 875. Österreich in der Zwischenkriegszeit von 1919 bis 1939 gab es in Österreich zwischen 30 und 40 Suizide je 100.000 Einwohner. Für die Jahre 1940 bis 1945 liegen keine Daten vor. Im Jahr 1945 wurde wiederum mit 60 Suiziden je 100.000 Einwohner eine außergewöhnlich hohe Suizidrate verzeichnet. Die Suizidraten nach 1945 schwanken zwischen 20 und 30 Suiziden je 100.000 Einwohner absolut von 1500 bis über 2000 Suiziden. Aufgrund dieser Zahlen gilt Österreich im internationalen Vergleich als ein Land mit mittlerer bis hoher Suizidrate. Zwischen 1945 und 1986 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Rate von 20 auf 28 Suizide je 100.000 Einwohner. Danach war die Zahl rückläufig und fiel 1999 auf rund 19 Suizide je 100.000 Einwohner. Die Suizidraten sind regional höchst unterschiedlich. Während sie zum Beispiel in Wien seit 1986 zurückgehen, steigen sie in Tirol und Oberösterreich seit 1991 an. Die Selbsttötungsrate von Männern ist in Österreich doppelt so hoch wie die von Frauen und steigt mit zunehmendem Alter. Während männliche Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr eine Suizidrate von 2 haben, haben gleichaltrige Mädchen eine Suizidrate von 1. Mit 85 Lebensjahren beträgt die Suizidrate bei Männern jedoch 120, bei Frauen dagegen nur 33. Die Suizidraten von Männern über 85 sind wie in Deutschland besonders hoch. Ihre Rate liegt 140% über jener der 60 bis 64-Jährigen. Die Zahl der Suizidversuche kann wegen der schwierigen Datenerhebung nur geschätzt werden. Hochrechnungen haben eine Zahl von rund 25.000 bis 30.000 Suizidversuchen ergeben. Dabei handelt es sich vorwiegend um Vergiftungen und Medikamenten über Dosierungen. Die häufigste Suizidmethode bei Männern und Frauen in Österreich ist das Erhängen. Rund 40% der Suizide von Frauen werden durch Erhängen begangen, 25% durch Vergiften und 14% durch Sturz aus der Höhe. Bei Männern erhängen sich fast 50% der Suizidenten, ungefähr 20% erschießen sich und rund 10% vergiften sich. Schweiz Häufigkeit jährlich sterben in der Schweiz zwischen 1300 und 1400 Menschen durch Suizid. Dies entspricht knapp vier suizidbedingten Todesfällen oder einer jährlichen Suizidrate von 19,1 pro 100.000 Einwohner. Damit gehört die Schweiz nach Russland, Ungarn, Slowenien, Finnland und Kroatien zu den europäischen Ländern mit überdurchschnittlich hoher Suizidrate. Nach der von der HU publizierten Liste von Suizidrate nach Ländern von 2005 hat die Schweiz mit 17,5% eine leicht niedrigere Rate als Frankreich und eine leicht höhere als Österreich. Methoden ausgewählte Suizidmethoden in der Schweiz 1969 bis 2000 erhängen 25%, Schusswaffen 24%, Vergiftung durch feste oder flüssige Substanzen 14%, Herunterstürzen 10%, Ertrinken 9%, Schienensuizid 7%, Vergiftung durch Gase 6%, Schneiden, Stechen 2%, Frankreich In Frankreich ist die Suizidrate deutlich höher als in Deutschland. Etwa 2006 betrug sie 18 pro 100.000 in Deutschland unter 12 pro 100.000. Laut der französischen UNPS bringen sich seit vielen Jahren über 10.000 Menschen in Frankreich, um Alkoholkonsum in Lebenskrisen senke bei vielen Menschen die Hemmschwelle, einen Suizid auszuführen. In Frankreich erregte 1992 bis 1994 eine Reihe von tatsächlichen oder mutmaßlichen Suiziden im Umfeld von François Mitterrand großes Aufsehen. Pierre Bérégovoy starb am 1. Mai 1993 in Nevers. Sein Leibwächter sagte aus Bérégovoy habe seine Dienstwaffe entwendet, die er zuvor in das Handschuhfach des Dienstwagens gelegt habe. François de Grossovre, ein ehemaliger langjähriger Vertrauter des Präsidenten, wurde am 7. April 1994 mit einer Kugel im Kopf im Élysée-Palast tot aufgefunden. Hier Evel Gesoux, der Verantwortliche für Abhöraktionen 1983-1986 im Élysée-Palast, wurde am 12. Dezember 1994 in seiner Wohnung erhängt aufgefunden. Am 4. März 1982 wurde René Lusset, Leiter der Sozialversicherung, mit zwei Kugeln im Kopf tot aufgefunden.